Musik 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 Wow Das waren schon 15 Minuten? Wir sind wieder bei der Steinfeste von meinem Team Also bei der Kiste Ich bin genau auf der anderen Seite der Map Wir laufen jetzt wieder durch die Wüste Sollen wir nicht irgendwann mal hier durch die Mitte laufen? Eben Sollen wir hier auf wenig warten? Also hier in der Wüste ein paar Mobs klatschen Jo Farmt halt noch ein paar Level Das ist eh das einzige was wir brauchen Was wir machen können Oh sorry Problem Wenn die jetzt unten Dears fahren oder irgendwas fahren wir einfach Level Dann haben wir die viel stärkeren Waffen So Ja Synchron Das ist Level 18 Oh Regen drauf gehört Ach ne ne weil wir in der Wüste sind ne Jo Ich hoffe der hört nicht so schnell auf Killskiller Alter Ja ich dachte hier aber die XP Oh hier So Oh gestrafft Oh jetzt ist auch gehört zu regnen Nein Der Spiral Jockey verbrennt Denkst bei den Jockeys doppelt so viel XP? Also so viel wie eine Spinne und ein Skelett zusammen oder? Ja Denkt mal Da ist noch ein Enderman Wär logisch ne Brocken die dann auch eine Seite und beide? Ja du musst dir die Mobs einzeln töten Also tötest entweder die Spinne oder das Skelett zuerst Aber du musst beides töten Na wo ist der Enderman? Boah die Map ist wirklich sau klein aber das gefällt mir irgendwie Hä wo ist der Enderman? Trotzdem findet man nix Ne ne Am Anfang hatte ich bisschen Angst Als wir da in der Schlucht waren und echt alle auf einem Haufen waren Ja Da dachte ich echt so auch dass wir jetzt einfach so ne Schlucht gefeilte Noch Ja Und dann Aber es regnet doch wieder Veni Echt? Regnet immer noch ja In der Wüste sind grad die Viecher verbrannt Ja in der Wüste regnet sie auch nicht Oh da läuft der von Also das hat jetzt auch ok Äh Achso gut Ja trotzdem in der Wüste sind die Viecher vorher auch nicht verbrannt Ich bin schon die ganze Zeit rumgelaufen Ich brauch noch ein Level dann können wir das mit dem Schwert machen Ja weil Tag ist jetzt Weil jetzt Tag ist Habt der gehört? Na gut Da müssen wir noch Ja ja Können wir machen Ein Level noch Muss es irgendwo noch hier geben Irgendwelche Piecher davon läuft wer? Äh jo ich sehs das ist Äh mit einem blauen Cape Wie könnte das sein? Wer hat ein blaues Cape? Äh Tim hat rot ne? Äh ja Wader und Blaze haben keine Soweit ich weiß Dann müsste das Alex Alex sein oder? Alex oder Liscario glaub ich Hat Alex noch Dings? Hat Alex noch Dings? Das ist äh Oder ist das Blue's? Links ist Blue's Links ist Blue's Ja jo komm Den holen wir uns Ja Dings hat noch Frieden Aber Blue's nicht oder? Ja Blue's nicht Loll Versteh ich jetzt nicht Die Taktik Ja egal das sind irgendwie so die Armen jetzt Wenn du uns angreift ist doch egal Ja komm lass wieder zu wenige entstehen Ich tötte hier noch Schaf Ppp Oh Mann Machen wir noch mehr Viecher Lol Hä Ich glaub die geben langsam auf Das find ich aber lame ehrlich gesagt Ja Jolo Sollten es wenigstens vernünftig versuchen In der dritten Staffel hat es Leute die Jolo schreiben sollten gebannt werden In der dritten Staffel hat es haben es Blaze und Yannick ja auch fast noch geschafft Tim zu besiegen Tim und äh Obwohl die schon so weit vorne waren Waren äh Yannick und äh Äh Waren die Zweiter Oder Am Ende oder wer Wer hat gewonnen? Die dritte Staffel Weiß ich gar nicht Äh die dritte Staffel hat Tim gewonnen Mit Liscario Und wer war Zweiter? Yannick? Yannick und Blaze Guck der Tintenfisch der säuft Und ist er tot Lässig Warte lass die mir Dann hab ich Level 20 Jo hab Level 20 Äh Was labern die? Einer von denen ist doch vor Brandwegen Nimm mal einen Ja Die haben sich gegenseitig geschlagen Wo bist du? Der Stegi kommst du? Jo Ups Wir sind beim Enchantment Tablet Ah da bist du Ja da ist er doch schon Ey da hinten ist jemand Da ist Blues Der kommt direkt auf uns nicht zu Fast ey Ich glaub so noch Ja ich würd sagen Wir lassen ihn erstmal weggehen Nicht dass der unser Versteck noch irgendwie Ne der wartet dann noch Lass mal warten bevor wir's ausbuddeln Es geht schon Wir müssen hier nichts ausbuddeln Wir sind da alle immer noch Wir müssen nichts ausbuddeln Wir stellen den Arm aus Ich hab da eine Guck Wir haben jetzt hier unsere Truhe Ja warte Stegi komm her Gib mir mal dein Schwert Moment ich hab das Scharpness 2 eingebunden Ich hol das eben raus Jaaaa Ja ok kannst es anscheinend machen Genau haben wir noch Essen drin Ich brauch da auch noch was Ja ey warte da kommt jemand Das ist Blues Da hinten Oha das kostet 32 Level Wie willst Nein Moment Das ist ein Scharpness 1 Schwert Wieso ist das ein Scharpness 1 Schwert Wo ist das Scharpness 2 hab ich das nicht grad rausgenommen Ist da noch Essen drin gewesen Stegi Ne ne Wir haben kein Essen mehr Gibt's denn hier noch Schweine oder so Weiß nicht Das ist ziemlich blöd Alter 36 Level Ok aber das ist Nein Moment andersrum kostet es nur 27 Hast du ein Stegi ich dropp dir dein Schwert da wieder Haben wir Bücher? Ne oder? Ne ne Das heißt wir müssen noch farmen Ah jo Ich hab so viel Müll mit Ich dropp das mal Wenn wir Pfeile haben Ich hab anderthalb Stacks Ja ich nehm da einen halben Ja gib mal was Boah ähm Wirft ihr aber nicht in den Müll bitte Wie viel Essen habt ihr jetzt genau noch? Fünf Stacks Sechs Pockchop Könnt ihr mir eins geben? Also ich hab nur noch drei Hungerdinger Warte ich geb dir das da auch noch Kommt perfekt Noch Ruhe Wem wollte ich jetzt noch was geben? Äh Pfeile? Wer wollte? Ja Mir Warte ich geb dir dein Paar und Eddie Wie viel hast du jetzt? 53 Reicht eigentlich Warte nimm die noch Und Schläge kriegt die anderen Alles klar Alles klar Ja So Wir können schon wieder jagen gehen Sollen wir mal durch die Mitte laufen Damit wir vielleicht ein bisschen Wolle finden Die Frage ist halt wo wir die gesetzt haben Ob das in der Mitte ist Naja wir sind grad die ganze Zeit außen rum Eben Wir müssen jetzt halt aufpassen die waren da hinten grad an der Wohrfläche Nicht dass die jetzt da hinten irgendwo direkt zu unserer Wolle laufen Na Ja das wäre ziemlich blöd von ihnen oder nicht Also Naja der Frieden ist mittlerweile schon vorbei glaube ich Oder? Also demnächst dann Boah ich mach das jetzt wirklich so Ich habe ja meine Taskerste auf dem anderen Bildschirm Ich guck dann einfach genau auf die Uhr wenn einer stirbt Dann wissen wir die 5 Minuten Ihr müsst mich da nur dran erinnern Ich vergesse das 100 pro wieder Alles klar mein Schlimm Eher schau mal hier Hier war er circa Warte ich glaub hier ist aber genau Das eine Loch zu unserem Äh warte die Koordinaten noch nicht? Ja hier Irgendwas mit minus 257 und Äh hier ist das Loch Hier ist das Loch Hier ist das Loch Ja hier ist das Loch Aua Leute das Skelett hat mich abgeschossen Stiggy Wow Ja du bist ja das erste vorbeiglaufen glaube ich Ich glaub hier war ich doch nie Das ganze Spiel über Doch doch Da vorne ist der Anfang vom Wald Wo wir auch unsere Wolle versteckt hatten Wir müssen jetzt halt aufpassen ne Nicht dass Tim und die jetzt weil die ganze der unter der Erde sind Dass die jetzt irgendeinen Redstone Falle oder irgendeinen Shit gebaut haben Weil Tim hat kann das ja Tim kann das ja Meinst du die machen sowas aufwändiges? Ja was weiß ich Die sind ja schon seit 5 Folgen unter der Erde Sein ne Erstmal Mobs farming jetzt wieder Mal gucken Die suchen wirklich unsere Wolle jetzt Ja eben das finde ich saugen nass Eben schon Wir laufen wahrscheinlich immer sofort Klapper den vorbei Ja vorher waren die ja unter der Erde Ja vorher waren die ja unter der Erde Aber wahrscheinlich als die jetzt gemerkt haben dass der Spawner weg ist Gehen die jetzt auf Wolle suche Lauf mal jetzt in Richtung unserer Wolle Ich würde ja voll gerne den Bug benutzen Diesen TNT in deinen Kopf Ranschieb Bug Das ist X-Ray Aber das dürfen wir nicht da auf den Regeln Das hat Tim extra verboten Was die alle für Bugs gehen du? Na übel Ja das ist halt einer der wichtigsten Langsam wird das Essen knapp ne? Ja 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 aber letzt Game of Play waren ja auch die Die ein Ding Am Anfang da ihren Tower gebaut haben Und da oben ihre Wolle drauf Guckst jetzt Und töte dann einfach noch den Enderman Einer der keinen Fall Aspekt hat Kann ich machen Essen wird langsam echt knapp ne? Müssen wir aufpassen jetzt Wie kriegen wir am besten Essen ist jetzt die Frage Keine Ender Perle Keine Ender Perle Wir können uns ja auch ne Zeit lang von Rottenflasher mähen eigentlich Sollen wir uns ne Farm bauen? Das können wir wirklich mal machen Wir haben ja genug Knochen für Bone Meal Sorry Jo Warte mal Spieler Spieler Lass uns mal Richtung Spawn gehen Wo sind denn welche? Beim Spawn? Richtung Spawner Einen hab ich gesehen Also der ist Richtung Spawn gelaufen Jetzt ist er im Wasser Let's Game of Play Da ist ein Enderman Der Achso der ist vergehen Kaktus Da ist er Wer ist das? Let's Game of Play Oh hallo 2 Schüsse 3 2 Treffer 3 Schüsse 3 Treffer Oh jetzt nimmer Schade Er hat schon lange keinen Frieden mehr ne? Boah das war knapp Scheiß die waren dann Ne der hat schon lange keinen Frieden mehr Der ist schon vor langer langer Zeit gestorben Oh nein Oh nein Der würde dich nicht rein Aua Aua Alter krass Das ist ein Skelett Sehr sehr Dann kenn ich mal das Skelett Wie läuft er denn? Eigentlich voll unlogisch glaub ich Dann geht an Jetzt glaub ich haben wir ihn gleich Ihr verfolgt den mal ne? Ich brauche grad ein paar Seatser Wenn wir das mit der Farm dann machen Ach Seats können wir auch indem wir hier Gras Ja mach ich ja gerade Uuuuuh Äh Karotten Wie viele? Viele? Äh ne du hast grad einen aufgesammelt Ja wir alle Geh mal weg Geh mal weg bitte Ich ich Äh pass auf dass nichts kommt ok Weil ich wirf jetzt hier ein paar Sachen weg Jo Ja Geh mal weg Äh er hat ein Buch gehabt Efficiency 4 Hm Einen Sattel Einen Einzieht Hat er Äh was drei Blöcke plus Nur drei Ja das plus wahrscheinlich neben der Enter-Taste Äh ja gut wir haben jetzt einen gelben Block noch Ajo gut Winnie wo bist du? Äh irgendwo in der Nähe von euch Ja ja hier Da bin ich doch Links 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 Ja ja ich weiß ich hole die Creeper Wir haben so viel TNT ne? Wenn wir jetzt irgendwo Tim oder sowas finden Und wissen wo die sind Dann bomben wir uns zu denen runter Einfach weil wir können ok? Ok Ne Kernscheiß ich hab 41 Gampar oder? Ich hab auch noch ne Menge Ich hab schon voll viel weggeworfen Ich leise mir jetzt in der Traum Wir müssen einfach gucken wo die sind Und bomben uns dann so richtig in den Boden rein Kann sich jemand eben ne Hoh machen? Äh Ich hab kein Holz Moment Ich hab alles Ich mach ne Hoh Ich mach sogar ne Eisenhoh Weil wir Bomzen sind Ja Ja Das ist nicht weit weg Wenn er Warum machst du das so weit weg vom Wasser wenig? Ist das dann ein Angriff Sozusagen auf uns schon oder? Also Ich mein Ja Ja Das ist aggressives Verhalten Sehr gut Da Tim Nicht schreiben Widerstehen Muss rennen Ja Ich Ich Gehe links auf ihn Wir sind noch nicht dort Na Links kann er nicht laufen Eddy du bist hinter mir ne? Ah jo Oh ich sehn Oh perfekt Alter er dachte er kann sich verstecken Ich kann noch nicht Ja ok Also er hätte eh nur ne Eisenrüstung Und ich glaub er kann sein Zeug ja auch nicht einzahlen Also kann er schon aber ich weiß nicht ob er es hat Oh nein Idiot Hat er sich angebuddelt? Ja mit einem Block Soll ich den Lava immer drüber machen? Da vorne Ne ne oder wir wollen jetzt eine Wolbe haben ja oder? Ja Bring ihn um Okay